Wichtig ist erstmal zu prüfen, ob wirklich alle formellen Erfordernisse eingehalten sind. Also kam die Mieterhöhung schriftlich und stehen dort wirklich auch alle Personen benannt drin, die auch bei dir im Mietvertrag stehen. Zweitens, Mieten dürfen innerhalb von 15 Monaten nur einmalig angehoben werden. Auch das solltest du nochmal prüfen, ob das bei dir zutrifft. Drittens, es muss die Kappungsgrenze eingehalten sein. Das heißt also, Mieten dürfen innerhalb von drei Jahren höchstens um 15% ansteigen. Viertens, du musst prüfen, ob die ortsübliche Vergleichsmiete tatsächlich eingehalten wird. Das ist die maßgebliche Miete aus dem Mietspiegel und die darf eben nicht darüber ansteigen. Das checkst du am besten mit dem Online-Rechner der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Da kannst du eine ganze Reihe an Indikatoren eingeben, zum Beispiel, was für eine Heizung du hast oder wo die Wohnung liegt. Und fünftens, du solltest in jedem Fall eine Mietrechtsberatung aufsuchen. Die gibt es in allen Bezirken kostenlos. Auch die linken Büros bieten eine ganze Menge an Beratungsangeboten an. Und am besten wirst du gleich Mitglied bei einem Mieterverein, weil dort bekommst du wirklich eine gute Hilfe. Und auch am besten bei deinen linken Mitglied werden, damit wir gemeinsam für bezahlbare Mieten kämpfen. Mieten 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 Vielen Dank.